Das professionelle Balkonkraftwerk im Jahr 2021. Herzlich Willkommen bei meiner Präsentation. Ich bin der Gerd Seifert, ich bin der Energiesparfuchs und das hier ist mein Geschäftspartner Elektro Süßer GmbH, der Herr Michael Süßer, ist der Geschäftsführer von diesem Unternehmen und wir arbeiten gemeinsam an dem Thema Balkonkraftwerk. Kommen wir jetzt gleich zum nächsten Folie und fangen doch gleich mal an mit der gewissen Frage. Hallo lieber Energiesparfuchs Kanal Abonnent. Um was geht es hier denn eigentlich? Ich habe hier unten das schon so geschrieben und ich bitte einfach ganz einfach mal da zum einen den Kanal, wenn Sie neu sind, zu abonnieren, zum anderen auch Ihre Meinung zu teilen, um Vergleiche zu setzen, ob Ihnen das eine besser gefällt oder das andere gefällt und ob das jetzt ein Modul mit Mikrowechselrichter bloß ein Balkonkraftwerk für Sie ist oder ob das jetzt ein Modul mit Laderegler, Batterie und Inverter ist. Diese Sachen, dass Sie da mal sagen, was ist Ihnen wichtig oder ob Ihnen ein Gestell noch wichtig ist, wo man sagen kann, okay, da Sie Schlosser sind, Herr Seifert, und da Sie praktisch jetzt hier im Bereich Stuttgart und Umgebung, hier bin ich ja praktisch von Esslingen im Umkreis von 70 Kilometer, möchte ich hier ausliefern. Das habe ich auch in diesem www.balkonkraftwerk.energiesparfuchs.de. Den habe ich ja in dieser Hinsicht jetzt die Tage eröffnet. Und ich gebe das also bekannt, dass der Shop energiesparfuchs.de nicht wirklich, sagen wir mal, dazu genutzt werden soll, sondern das soll für große Fotofateiganlagen genutzt werden, wenn Sie praktisch ein Eigenheim haben und Sie möchten Fotofateig auf dem Dach haben und sagen, das kleine Balkongraftwerkzeug ist für mich Spielerei. Ja, das will ich nicht. Dann ist Prinzip in Zukunft, da muss ich aber noch die Produkte wieder reinsetzen. Dann ist das für Sie sozusagen ein Ansprechpunkt. Oder wenn Sie sagen, ich habe nur einen Balkon oder ich möchte praktisch, weil ich praktisch jetzt 70 bin oder ich bin 75 und ich will jetzt nie noch 10.000 Euro oder 20.000 Euro dafür ausgeben, dass ich dann, sagen wir mal, hier Strom erzeuge. Solche Leute kenne ich genügend. Aber für eine kleine wird es noch reichen, da bin ich bereit und sage, wenn ich noch 10 oder 20 Jahre lebe und ich habe damit auch meine Energiekosten gespart und ich bin damit glücklich, dann ist das, sagen wir mal, genau das Richtige für mich. Ich möchte mich jetzt informieren. Ja, wenn das so bei Ihnen ist, gut, hier habe ich praktisch eine Möglichkeit geschaffen bei diesem Film, wo Sie praktisch, sagen wir mal, sehen, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt billige, es gibt dieses, es gibt natürlich, warum ist meins so teuer, warum ist das so? Ja, oder reden wir hier besser nicht über den Preis, sondern über das, was Sie nutzen möchten. Ja, welche Vorteile wollen Sie noch mit nutzen? Und darum geht es jetzt in diesem Film und deswegen möchte ich Sie ganz einfach mal mitnehmen. Heute möchte ich Sie mitnehmen mit der Frage, wie hat alles beim Energiesparfuchs mit Balkongraftwerk angefangen? Was bedeutet ein professionelles Balkongraftwerk? Sieht ein professionelles Balkongraftwerk so aus oder so? Die meisten suchen im Internet Balkongraftwerk, Balkongraftwerk 600 Watt, Balkongraftwerk mit Speicher. Bei der Google-Suche, wenn Sie da Balkongraftwerk eingeben, dann erscheinen eine Vielzahl von verschiedenen Anzeigen, was als Balkongraftwerk bezeichnet wird. Doch die Frage steht hier, doch sind das in Wirklichkeit professionelle Balkongraftwerke oder verwenden Sie nur das Wort Balkongraftwerk, weil Sie Modulen mit einem Mikrowechstelrichter dazu tun und dann geht es los. Wie hat alles beim Energiesparfuchs angefangen? Also mein Geschäftspartner hat gesagt, hier dein Balkongraftwerk, ich wünsche dir viel Freude damit und lass dir mal was von dir hören, wie du damit zufrieden bist. Er hat mir praktisch ein Modul hingestellt, er hat mir einen Wechselrichter gegeben mit Stecker dran und sagt dir, wie gesagt, schau mal, wie du da zufrieden bist. Und das sind Bilder, wie ein 650 Euro Balkongraftwerk aussieht. Also 650 Euro ausgegeben und ja, wohin damit? Und mal ehrlich, sind Sie damit zufrieden? Sie sehen ja die Bilder. Und das Letzte hat eine Aufständerung, ja, das war mal eine Idee, aber nee, gucken wir mal, was in der nächsten Seite ist. Ich muss natürlich ehrlich gestehen, Michael Süßer ist eigentlich ein ganz lieber und netter Mensch und der hat einfach von Montag bis Samstag hat der Erfolg zu tun. Der legt hier Quadratmeter jedes Jahr. Mittlerweile von Januar bis Dezember. Durchweg hat der praktisch zwischen sechs Wochen oder sag mal bis zu zwölf Wochen, also ein Vierteljahr hat der praktisch Aufträge. Und wenn Sie dort anrufen, dann ist es wie es ist. Ich sage, wenn Sie Balkongraftwerk haben wollen, dann werden Sie leider gerne ein bisschen in der Ecke stehen gelassen. Weil er einfach nicht kann, wohin mit den Kleingraben und so. Und deswegen hat er es mir überlassen. Und es hat, ich sage es Ihnen, ich war unzufrieden. Es hat weh getan. Es hat so richtig weh getan. 650 Euro hingelegt für etwas, was du nicht verwenden kannst. Sache, wie soll der Sonne drauf gehen und so. Ja, was machst du jetzt? Also baute ich das erste Gestell. Baute ich das zweite, dritte, es stimmte mich, ich war immer noch nicht so richtig zufrieden, weil, ich sage, egal, musstest du das Modul reinnehmen, wenn Sturm war, wenn Unwetter war. nee, 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 nee. Ich war einfach nicht zufrieden. Das war alles seit 2016 an, jetzt sind wir ja, 2021. ich habe zwischendrin Kunden gehabt, ja, da kam dann die Markise, da kam die PV-Wanne, dann kam das Klappgestell und meine Freunde und Kunden haben mir sozusagen Ideen gegeben und ich habe gesagt, ja, die musst du umsetzen. das musste den Leuten zeigen, was du mittlerweile gemacht hast und was im Prinzip der Unterschied ist zwischen einem, ja, Balkonkraftwerk für 650 Euro oder für 450 Euro oder was im Unterschied ist mit dem Professionellen, wo man praktisch zwar ein paar Euro mehr bezahlt, aber wie Sie sehen, man auch mehr, eine ganze Menge mehr machen kann. Und jetzt kommt natürlich die Folie, die der eine oder andere schon von den anderen Präsentationen kennt, was sind Balkonkraftwerke und ich werde jetzt ganz einfach mal die Folien durchlaufen lassen und Sie lassen ganz einfach mal sich die Bilder mal auf sich welten, schauen Sie ganz einfach mal an, was ich ja auch immer mittlerweile für Sie zu bieten habe und ich denke mal, nach wenigen Sekunden wird Ihnen schon auffallen, dass das andere Möglichkeiten sind, ganz andere Chancen sind, die Sie dann nutzen können, wo man sagen kann, ja, Markise oder sonstiges, zum Beispiel Markise, können Sie Wäsche aufhängen, Sie können dort so viele Sachen machen, ich habe dort Videos schon alles gemacht, das ist auch alles gezeigt und wir blättern hier ganz einfach mal durch, und dann kommen wir so langsam schon zum Ende. So, jetzt kommen wir zur Zusammenfassung und Sie sehen ja praktisch hier, wenn Ihr mal ein Balkonkraftwerk eingibt oder Balkonkraftwerk 600 Watt eingibt, dann kommen wir Anzeigen und da kostet das 379 Euro, 399 Euro oder 279 Euro, ist ja alles super günstig und das sind dann manchmal auch 170 Watt Peak Module, wo man denkt, ja, das ist ein großer Denkfehler, von denen die praktisch da sich noch nicht so auskennen, wenn 170 Watt Peak ist, dass es dann 170 Watt rauskommt, Scheibenhonig, das tut mir leid, ich zeige Ihnen gleich noch das andere Foto, ja, da war es ja auch so günstig und ich habe es für 650 Euro erhalten und kein Gestell dazu und alles so selbst gebastelt, auch das hier unten dann hier mit Keyboardgestell, hier habe ich dann das besser fokussiert und so, damit ich mal ein bisschen Sonne bekomme, also solche Spielereien, ich weiß es nicht, ich kann Ihnen Ihren Kopf nicht entscheiden, was Sie kaufen, doch ich habe mich dafür entschieden, Ihnen das anzubieten, damit Sie praktisch nicht das kaufen, wo praktisch kein Gestelle dazu ist, natürlich gibt es hier eins für 488 Euro, das ist schon ein bisschen besser, das hat 340 Watt Peak, weil da zwei Module drauf sind und ja, gibt es ja bei den Google Anzeigen, gibt es, ja, ich sage, dann ist es wieder die Frage, wenn dann zwei Module sind, ist dann praktisch dann der Wechselrichter auch das wert oder irgendwo muss ich ja sparen, ich bin ja auch nur Händler und ich schaue mir das ja auch an, wo kriege ich das, sag ich mal, günstiger her und dann schaue ich, was praktisch das Modul und was praktisch dann der Wechselrichter leistet und wenn ich Qualität haben möchte und da gehen wir gleich mal rüber, dann sehe ich dann, ja, dann habe ich praktisch ganz andere Preise, im Sonderangebot kann ich eine Foto-Verteidigwanne mit Wechselrichter kann ich erst ab 937 Euro anbieten, wenn ich praktisch Module übrig habe, diese Aktionen gibt es ja auch nicht immer, so, dann im Standardpreis, sage, sind sie dann bei 1095 Euro dabei, aber ich habe eins, ich habe natürlich ein Modul mit 340 Watt Peak Modul, ja, das habe ich dazu, da kriege ich auch dann bis zu 275 Watt in der Stunde heraus, ja, jetzt überlegen sie nochmal, gehen sie mal nochmal links, sage, 340 Watt Peak, da ziehen wir noch ein bisschen was zurück ab, dann kommen wir bei 211 Watt pro Stunde heraus, ja, ich sage, ist die Leistung auch wieder geringer, ja, wenn ich mehr Leistung haben möchte, bezahle ich auch denen entsprechend die Qualität und die Kunden, die bei mir kaufen, die wollen einfach, dass es volles Rohr rauskommt, dass da was, dass es, dass es einfach am Balkon hängt oder dass es am Balkon steht oder dass es praktisch als Markise richtig fest ist und dass es praktisch, wenn sie es rausschieben, sagen wir, dass sie da nie erst rumwurschteln müssen, ja, sie sehen ja praktisch nochmal das Bild hier in der Mitte, das habe ich ja praktisch hingemacht, wo ich noch das Modul so auf dem Holz, äh, 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 mal Halterung drauf gehängt habe und wenn sie dann mal so über das Geländer gucken, stellen sie mal vor, das ist jetzt 4 oder 5 Meter in der Höhe und sie wollen dort praktisch ein Modul immer raus und rein wuchten, weil es praktisch, sag ich mal, nicht klappbar ist und so, ach, nee, ja, gut, also, das sind so gewisse Sachen und in der Folge habe ich natürlich gesagt, da müssen wir etwas verändern, da müssen wir etwas verbessern und deswegen haben meine Kunden gesagt, klappbar muss es sein, ja, und da kostet es eben im Sonderangebot 1095 Euro, ab da könnte es etwas sein, wenn ich etwas mal im Angebot habe oder im Standardpreis 1129 Euro oder im Sonderangebot für die Markise, die kostet dann eben praktisch 2799 Euro und im Standardpreis kostet es dann 2945 Euro, ja, also, wir Händler oder sag mal, wir Handwerker, wir kochen alle mit Wasser, ne, das ist so, das werden wir auch nicht so einfach verändern können, am Ende des Tages muss jeder sehen, dass er davon noch ein bisschen lebt und groß verdienen, tut man große Exemplare nicht wirklich, die großen Verdienste macht der Herr Michael Süß oder der Holger Lauterlei, wenn er praktisch, sagen wir, ab 3 kW Peak oder 10 kW Peak an nachher auf dem Dach bringt, dann wird Geld verdient, das ist richtig, weil dann wird auch richtig Quadratmeter gemacht und da kann ein Handwerker leben und deswegen ist es eben so, wenn so Kleine sagen, ich muss es wenigstens so machen, dass ich wenigstens hinfahren kann und ich kein Minus mache, so, dass ich sagen kann, ich komme noch mit, wenigstens mal eure Heim und hoffe, dass dann am Ende des Tages und das hoffen die anderen auch, dass ich wenig Reklamationen bekomme, so ist die Realität, Ich liefere diese Produkte aus, wie Sie sehen, wenn es in Esslingen ist, zum Beispiel für 50 Euro und dann in einem Umkreis bis zu 70 km vom Standort Esslingen, im Allgemeinen geht die Lieferländer Deutschland, das ist klar, aber ich bin praktisch eher darauf geeicht, im Umkreis von 70 km zu liefern und Inseln wie Sylt, Hegeland, Halligenhoge oder Halligeninseln, alle anderen Länder sind in dem Fall ausgeschlossen. Ich habe im Prinzip hier alleine in Stuttgarter Raum, alles was hier in diesem Bereich ist, im Umkreis von 70 km, habe ich hier bis zu einer Million Menschen zu tun und es gibt hier gut und gerne 400, 300, 400 Tausend Wohnungen, davon von den 300 oder 400 Tausend Wohnungen sind mindestens 20 oder 50 Tausend Wohnungen in Richtung Süden mit Balkon ausgerichtet. So, das bedeutet, alleine hier habe ich ein Riesengeschäftsfeld, wo ich wahnsinns viel zu tun habe, wenn ich praktisch den Auftrag erhalte, sagen wir die Leute zu beliefern. Und jetzt kommen wir noch zu dem Thema Mitbewerber. Ich alleine kann das nicht bewältigen. Meine Mitbewerber sind also da genauso gefragt und ich würde mir wünschen, dass ich mit meinen Mitbewerbern zusammenarbeiten kann und nicht gegeneinander. Ja, von Ihnen hat das schon mal gehört, dass man praktisch mit seinen Mitbewerbern zusammenarbeiten möchte. Das ist also nicht wirklich für mich die Konkurrenz. Ausknallerei, das ist praktisch etwas von gestern. Wir leben in einer Zeit, wo Coronavirus, sagen wir mal, hier rumkursiert und sich die Regierung rumstreitet mit den Bürgern. Was da politisch ist und was nicht, will ich mich hier definitiv distanzieren und raushalten. Ich habe es also schon schwer genug, dass ich Ihnen, sagen wir, die Produkte, die Sie dann bestellen, dass ich sie dann auch wirklich erhalte und dass ich sie Ihnen liefern kann. Das ist also gleich das Nächste. Und da haben wir das auch gleich mit besprochen zum Thema Versand und Auslieferung und so weiter. Da wissen Sie schon mal ein Stück auch in dieser Hinsicht Bescheid. Zur Frage, wer bin ich und was habe ich an Buchserfahrung seit 1988, was mache ich sozusagen für Tätigkeiten, habe ich hier ganz einfach mal hingeschrieben, was ich selber Audit-Dedakt mache und was ich als IHK-Abschluss habe. Ich habe also überall mal reingerochen und das mehrere Jahre und da sind nun mittlerweile über 30 Jahre zusammengekommen. Das bedeutet, wenn man sich alles mal beschäftigt und viel lesen tut, nicht bloß viel lesen, sondern auch in der Praxis anwendet, ausprobiert, versucht zu leben, wirklich zu leben. Und so mache ich das auch mit Balkongraftwerk. Ich baue, ich stelle es hin, ich probiere aus, ich prüfe die Qualität, was da erzählt wird und was da stimmt und was man verbessern kann. Nicht bloß rummeckern. Das ist das ganz große Ziel, was ich, sagen wir, verfolge für mich persönlich. Und ich habe da auch Menschen kennengelernt, ob das doch Herr Holger Lauterlei aus Ritterhude ist oder auch andere Leute, die ich auch schon kennengelernt habe, die verfolgen das gleiche Ziel. Qualität sollte in Zukunft wieder weiter nach vorne stehen und ich bin bis heute noch nicht wirklich auf den Markt gekommen mit dem Thema Inselanlagen für Balkongraftwerk, weil ich hier bis jetzt immer noch selber schaue, wo habe ich bessere Qualität beim Laderegler oder Inverter. Ja, es ist Sache, liebe Industrie, die das hier baut, die das für die Kunden bereitstellt, da seid ihr gefragt. Das ist eure Aufgabe, dass ihr da bessere Qualität liefert. Und wenn hier und da ein oder andere Gerät mal funktioniert, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sagen könnt, wir haben eine Qualität, wir liefern dazu auch 10 Jahre oder 20 Jahre Garantie, dass der Laderegler, dass der Inverter für solche Kleinstanlagen funktioniert und nicht bloß für zwei Jahre. Das ist ein alter Witz, ein alter Hut. Deswegen habe ich es noch nie auf den Markt gebracht. Es ist schön, wenn die Batterien schon mal 10 Jahre da sind. Aber da muss noch was passieren. Und ich wünsche mir das. Vor allen Dingen, wenn ich jemand bin, der ein Ziel hat, auf Vielfältigkeit zu schauen und zu schauen, dass ich praktisch den Kunden, sag mal, auch wirklich fachgerecht bedienen kann. Das ist mir ganz wichtig und ich denke mal, da haben sie auch praktisch von mir eine Rückmeldung bekommen, wie es darüber hinaus steht. Zusammenfassung. Das war das professionelle Balkongraftwerk im Jahr 2021. Sie haben die Wahl zwischen ein billiges für den geworbenen Preis, das ist das eine, das haben Sie ja gesehen, oder die Paketleistung, die ich Ihnen jetzt bieten kann. Wo Sie ein Gestell erhalten mit Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Hinhängen, zum Klappen, vor Sturm schützen und so weiter. Das habe ich alles schon in einem anderen Video gezeigt. Deswegen noch einmal, klicken Sie auf meinen Kanal, abonnieren Sie und informieren Sie sich richtig. Weil ich habe die Erfahrung gemacht. Ich bin schon seit 2016 dabei und kann also da auch in dieser Hinsicht intensiv auch mitreden. So, wie gesagt, man kann praktisch auf eine Garage, Wiese, Terrasse stellen, man kann eine Markise machen. Das haben Sie alles in dieser Hinsicht hier schon mal wieder, Stücke habe ich Ihnen gezeigt. Und jetzt ist praktisch die letzte Folie, die ich jetzt noch zeige. Das war das professionelle Balkonkraftwerk 2021. Bei weiteren Fragen, Sie möchten weitere Infos haben zu Balkonkraftwerken und so weiter, dann klicken Sie jetzt auf energiesparfuchs.com. Dort habe ich praktisch auch noch nicht bloß den Hauptfilm drin, sondern das sind auch andere Filme drin, die ich verlinkt habe, wo ich sehe, da entsteht gerade was oder da ist etwas, wo ich sage, da bin ich auch dafür, dass Sie sich anschauen. Herr Süßer hat nur für Großanlagen ab 3 kW Peak Zeit mit Ihnen darüber zu sprechen. Das hatte ich auch schon vorhin gesagt. und bitte melden Sie sich bei energiesparfuchs Gerd Seifert unter 07 11 820 90 92 Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr oder ich bin 24 Stunden noch erreichbar unter www.balkongraftwerk.energiesparfuchs.de Da können Sie natürlich die Produkte sich anschauen. Deswegen habe ich das und wenn Sie noch Fragen wie gesagt haben, können Sie sich bei mir melden. Denken Sie bitte dran, ich kann auch von 9 bis 12 beim Kunden sein. Wenn Sie mich anrufen, dann sollte das Ziel sein, dass Sie mit mir erstmal einen Termin machen und damit ich praktisch mit Ihnen einen Telefontermin habe, wo wir darüber richtig sprechen können. Weil es macht sich immer schlecht, wenn man praktisch beim Kunden ist und Sie merken das bestimmt, wenn jemand ein Geschäftsmann ist und Sie wollen gerade mit Ihnen reden und es ist auch ein komisches Gefühl. Und da ich fair sein möchte gegenüber jedem Kunden und es Ihnen jeden gerecht machen möchte und ich möchte einfach zu der Gruppe gehören von Verkäufern, die natürlich wirklich auf den Kunden eingehen und ihm versuchen auch zu verstehen, was er sagt. So, ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie meinen Kanal und schauen Sie sich die Videos an, informieren Sie sich richtig, bevor Sie das Geld nicht bloß einmal, sondern dreimal falsch ausgegeben haben. Ich habe diese Erfahrung gemacht, Sie haben es gesehen, das ist ja das, was ich Ihnen hier beibringen wollte oder zeigen wollte und ich wünsche einfach den Menschen, dass das denen nicht passiert, was mir passiert ist. Das muss nicht immer sein, man sollte immer schauen, dass man von den anderen lernen kann, das ist wichtig und ich behandle es aber meinen Nächsten immer noch und versuche es Ihnen immer gleich zu behandeln oder fair zu behandeln. Ich habe Respekt vor Herrn Holger Lauterlei, der in Ritterhude Wahnsinnsarbeit dafür geleistet hat, dass wir überhaupt Balkonkraftwerke heute kaufen können. Da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Er ist Betriebstechniker, er ist genauso viele Jahre wie Herr Mischel Süßert dabei. Herr Holger Lauterlei hat genauso viele Fotovoltaik-Anlagen in seinem Leben auf dem Dach gebracht wie der Herr Süßert. Das sind alles Fachberater für Fotovoltaik und wir sind hier praktisch im Stuttgarter Raum tätig. Der Herr Holger Lauterlei ist oben im Norden tätig und es gibt natürlich auch noch andere Mitbewerber, die genauso fair behandelt werden möchten und ich möchte keinen hier auf die Füße treten und das soll auch jedem bekannt und bewusst sein. In diesem Sinne eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Vielen Dank.